So, hier sind wir im Arcadi Beach. Hier sind wir vorm Hauptrestaurant. Hier ist dann die Swim Up Pool Bar. Unheimlich beliebt ist bei den Leuten, sagte die Gäste, Relation Managerin. Und hier sind dann ringsrum die einzelnen Zimmer. Hinten ist dann der Hauptpool, den zeige ich euch dann auch noch. Und hier ist der Fun Bar.